Hallo, du suchst Christen in einer Gemeinde oder in einem Hauskreis in deiner Nähe, die sich am wöchentlichen Sabbat irgendwann zwischen Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang versammeln oder auch die Feste des Herrn feiern? Dann bist du hier genau richtig. Da viele Menschen auch im deutschsprachigen Raum auf der Suche sind nach Christen, welche auch erkannt haben, dass die Gebote Gottes, wie zum Beispiel das vierte Gebot aus den zehn Geboten, den Sabbat zu achten oder auch die Feste des Herrn wie Laupüttenfest, das Posaunenfest oder auch den Neumondtag bis hin zu den Speisegeboten gültig sind, so wollen wir jenen die Möglichkeit geben, auf dieser Sabbatgemeinden- und Hauskreiskarte sich in ihrer Nähe umzusehen. Sabbatgemeinden- und Hauskreisleiter können sich auf diese Karte eintragen lassen. Die Kontaktdaten werden am Ende des Videos mitgeteilt und stehen auch im Informationsbereich zur Verfügung. Dazu können auch Suchende sich auf der Karte eintragen lassen. Die blauen Punkte sind Sabbatgemeinden, die sich in öffentlichen Gebäuden treffen. Die orangenen Punkte sind Hauskreise, die sich oftmals in Wohnungen von Familien treffen oder ähnlichen. Die roten Punkte zeigen die Suchenden an den jeweiligen Ort. Klickt auf die farbigen Pins und erhält die Kontaktmöglichkeiten zu der Person oder der Gemeinde. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um Adventistengemeinden handelt, sondern um jüdische und nichtjüdische Gemeinschaften, die Jesus, Jeschua als Herrn, Sohn Gottes und Messias angenommen haben. Hierbei handelt es sich um unterschiedliche Gemeinden von liberal bis konservativ, traditionell oder frei. Keine der Gemeinschaften auf der Karte lehrt nach außen, nur wir haben die Wahrheit und die anderen Gemeinden auf der Karte nicht. Du wirst auf unterschiedliche Abläufe und Auslegungen treffen und bist herzlichst eingeladen, in den Gemeinden dich einzubringen und die Geschwister vor Ort zu unterstützen. Es gibt schon eine Netzwerkkarte bei World Wide Wings, da aber viele diese nicht kennen und ich eine bekannte Persönlichkeit bin im deutschsprachigen Raum durch meinen YouTube-Kanal und meine Präsenz im Internet, glaube ich, mehr Menschen erreichen zu können mit diesen Informationen. Wie nun kann sich jeder auf der Karte eintragen lassen? Gemeinden und Hauskreise, die auf der Karte eingetragen werden möchten, tun dies vorzugsweise über die E-Mail-Adresse nature23.atfreenet.de mit folgenden Daten, die dann veröffentlicht werden. Biete Gemeinde oder Hauskreis, Name oder Pseudonym der Gemeinde oder Verantwortlicher, Homepage, falls vorhanden, Kontaktmöglichkeit, E-Mail oder Handynummer oder Festnetz, das Land, Postleitzahl und den Ort. Suchende nutzen auch vorzugsweise die E-Mail-Adresse zum Eintragen auf der Karte. Suche Gemeinde, Hauskreis, Gleichgesinnte, Name, Pseudonym, Kontaktmöglichkeit, E-Mail oder Handynummer oder Festnetz, das Land, Postleitzahl und den Ort. Nur öffentliche Gemeinden werden punktgenau auf der Karte abgebildet. Hauskreise und Suchende werden zentral im Umkreis von 5 Kilometer angezeigt. Suchende können auch per WhatsApp sich eintragen lassen auf der Karte. Sabbat-Gemeinden, die lehren, man muss sich beschneiden lassen als Nicht-Jude, um gerettet zu werden. Oder man kann nur ohne Jesus gerettet werden durch das perfekte Halten aller Gebote oder durch die Tieropfer des alten Bundes sind auf der Karte unerwünscht und sollen bei Verstoß gemeldet werden. Alle Gemeinden und Suchende verpflichten sich unter dem Priestertum Melchizedek zu sein und nicht unter dem Priestertum Aarons. Kontaktmail nochmal, nature23 at freenet.de Sei frei und teile dieses Video und die Karte in den sozialen Netzwerken. Viel Erfolg allen Suchenden durch dieses Projekt. Gott ist sehen. Gott ist sehen.